Wir sind hier mitten in der Stadt Zürich und machen neun Erdsonnenbohrungen an 260 Meter. Auf dieser Baustelle hat sich der Kunt für unser Sorglos-Paket entschieden. Das beinhaltet die komplette Organisation über die Bewilligungen, Bohrungen, Grabenarbeiten und Verbindungsleitungen direkt ins Haus. Und das alles aus einer Hand. Das macht uns in der Schweiz einzigartig. Ich bin der Mohamed, ich bin der Bohrmeister von Rotter Clem Bohrmaschinen. We know the dream. Wir haben gewusst, was läuft und haben zuschauen, wie schnell die wirklich sind. Und so werden wir bald zu unserem neuen Heizungssystem kommen. Und wir sind froh, dass wir so gut betreut worden sind. Ich bin der Jesse. Ich bin bei der GTB zuständig dafür, für alle Tiefbauarbeiten und die Instandstellungen der Gartenanlagen. Hallo zusammen, ich bin der Goran und ich mache Hausanschlüsse bei der GTB. Meine Aufgabe gehört unter anderem das Initieren. Das machen wir jetzt auf dieser Baustelle mit dem COTherm 2.0. Das ist besonders gut für erhöhte Wärmeleitfähigkeit, damit wir das Maximum der Erdsonde raus holen können.